Es ist der Partagnen für die Ausstellung. Es ist der Kapitän der Gassar Parley. Herzlich willkommen, liebe Es-Hockey-Freunde. Wirgen, 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 wirgen. Wir müssen noch üben. Wir haben uns nämlich extra auf die Tribüne von den Partagnen-Fans gestellt, weil wenn ich drüben einmal wirgen sage, hätten sie mich erwirkt. Es ist wirgen. Es ist Finale hier in Lienz. Und das dritte entscheidende Spiel. Aus. Herr Gassar, bitte zum Kommentatortisch. Herr Gassar, bitte zum Kommentatortisch. Aus. Nach dem Spiel heute ist aus. Ob 60, 65 Minuten oder nach dem Penalti schießen. Wir wissen heute den Meister der Saison 22-23 in der Division 2 West. Und dann hier jetzt auch noch mit der 5. Aus Entlassen geht ihm wieder halbwegs. Und schauen wir einmal. Erste Chance. Nächste Chance für die Partagnen. Da haben alle gesagt, so leicht stellt man mir nie mehr auf. Riesenchance jetzt zur Führung. Warum spielen bei den Viergnern so viel Gassars? Einfach erklärt das das? Das glaube ich mir nicht. Da die Führung. Für die Hausherren, für die Wölfe aus Viergeln. Super gemacht. Damit hat jetzt der Jürgen Lesacher nicht gerechnet. Durchschütze die Nummer 87, Kevin Heutzer. Ja, der ist da durchgegangen und versenkt jetzt den Kobold hier im Batailloner Tor. Der Sieben-Gegentor erhalten. Und aufgepasst. Und was für einen haben wir da von der Nummer 11 direkt übernommen. Der Viergner, vielleicht sogar Chance, das sicher. Aber wie knapp der daneben war. Unglaublich. Kötternäuser Meister in der Unterliga. Wahnsinn Chance wieder jetzt vom Bataillon gegen Zug. Und sicher gehalten. Und schon wieder im Angriffstrittel. Guter Schuss. Jetzt sind am Floh drinnen geraten. Tor! Oha, wunderschön. Nächster Treffer. Wieder Kevin Heutzer. Schnell gespieltes Pulli. Nach hinten und gleich abgezogen und genau getroffen. Sehr gut. 2 zu 0. Und da wird es gleich ein Färbergchen. Er ist ja auch der Erste in der Scorerliste dieser Liga. Heute seine Tore 13 und 14 bei sieben Assists. Also Wahnsinn. Das ist ein Tormann und der Tormann konnte nichts fixieren. Aber jetzt wieder Daniel. Jetzt Zauchner. Und der trifft er. Daniel Zauchner. Vierter Treffer in den letzten zwei Spielen. 4 Minuten 33 vor dem Ende. Daniel Zauchner 1 auf 0. Und lässt ab Matthias Berger. Keine Chance. Schöner Leingang. Rau. Jetzt aber Pulli gewonnen. Was wir ja auch thematisiert haben. Lukas Fulc. Das haben wir eben das letzte Mal bei Kampa Abblick gesehen. Nicht einmal bei 5 gegen 3. Da ist die Scherbe frei. Und der Treffer. Und er zählt. Ja, jetzt hat er den Alessaha nur auf dem Schoner bekommen und nicht festmachen können. Und der Bucke ist weiter drüben in einer gefährlichen Zone liegen geblieben. Und dann haben sie ihn reingestellt. Aufgepasst, Daniel Zauchner. Und jetzt gibt es natürlich zwei Minuten. Oder Penalty. Penalty. Von hinten die Beine weggezogen. Eindeutig Penalty. Deswegen auch kaum Proteste. Und jetzt schauen wir mal. Kann Daniel Zauchner Penalty? Das erste Tor hat er ja in ähnlicher Manier erzielt. Kanners Berger heißt der Sieger Matthias Mottlberger. Und jetzt sind die Fans. Sind die Hooligans aus Pfürgen. Die nennen sich selber so. Deswegen sage ich es. Es sind natürlich keine argen Typen, nur geile Typen. Und die nächste Chance und die Scheibe noch frei. Und auf vier Mann wäre ich noch fast angebrachter. Nächste Chance. Ja. Du sagst es, vier Mann wäre angebrachter. Aber da haben wir ein Problem. Die Spiele werden immer schneller, immer besser. Aber wir haben zu wenig Kraft. Möchte gar nicht sagen. Also wir haben genug Kraft. Wir sind mal 55 in Kärnten. Und ich gehört habe den Osttirol von mir zu Hamler in der Gruppe. Ah, das ist super. Ich habe gesagt, er wird zuraben. Jetzt die Riesen. Aber super Verteidigungsarbeit. Super gemacht. Aber beide Spiele gehen noch. Und Riesen Chance jetzt wieder für die Tigers. Und dann geht es schnell auf die andere Seite. Nächste Chance für die Hausherren. Und knapp drüber. Super gemacht. Schöner Hacken. Und der Schuss hat ungefähr ein Stück knapp vorbei. Da hätte es jetzt klingeln können. Aber jetzt ist er drinnen. Jetzt ist er drinnen. Zuerst die Superschance für Stefan Gasser. Und ich glaube, dann war es schon wieder der Kevin Holzer. Drittes. Nein, nicht der Kevin Holzer. War die Nummer 83. Manuel Gasser. Zweites Tor heute. Wo die Pferde haben. Von 0 zu 3 auf 4 zu 3. Tor! Was für ein Hammer. Ja bist du Teppert. Das war wichtig für die Spannung im Spiel. Ich glaube, das war der Christoph Untermoser. Nächste Strafe gegen Fürgen. Nächste Strafe gegen Fürgen angezeigt. Und war eine tolle Abwehr mit dem Schöner. Kann aber heute leider nicht mitmachen, weil er nach dem letzten Spiel in der Dusche zusammengebrochen ist. Was ist da genau passiert, Bernhard? Ja, Servus einmal alle miteinander daheim. Alle, die was zuschauen. Danke. Ja, das war... Im ersten Drittel haben wir da auf der blauen Linie ein bisschen einen unglücklichen Check gekriegt. Und ja, mir ist schon auf dem Eis nicht ganz gut gegangen. Aber es sind die Schmerzen am Nachhinein. Ja, da hat eigentlich gepasst. Und irgendwie können wir weiterspielen. War eigentlich nicht so tragisch. Ja, nach dem Spiel nachher, wenn ich nicht kalt worden bin, hat schon teuflisch angefangen zu tun. Und ja, es war leider nicht so... Ja, leider nicht gut. Haben mir leider die Nieren ein bisschen geprellt und haben müssen ins Krankenhaus. Und ja, bis heute stationär aufgenommen. Und ja, Gott sei Dank hat es nicht weitergefallen. Aufgepasst, aber... Ja, ja, ja. Der Matthias Berger, der hat ja überhaupt nicht dafür können für das 0-4, aber der ist ja extrem stark. Ja, er hat da überfommen. Er ist momentan einmal gewaltig gut drauf. Ja, haben wir schon. Aber... Oh, oh. Fehler. Aber gut. Aber die Fanghand von Matthias Berger. Marco Gasser. Und Tor. Marco Gasser und der Treffer. Jawohl, wunderbar. 5 zu 2, Marco Gasser. Könnte jetzt schon eine kleine Vorentscheidung sein. Wichtiges Tor für uns, wichtiges Tor. Und ein super Tor. Wunderschön gemacht. Da haben wir ein super Aussteigen gelassen. Perfekt. Aber wir haben im zweiten Rittel gesehen, da hat es ein Tor geschossen. Und dann sind sie ein bisschen leichtsinnig geworden. Ja, da müssen wir aufpassen. Das geht schnell. So, der Keller ist fertig. Der Keller ist ausgebaut. Können wir ausschauen. Jetzt können wir ausschauen. Jetzt gehen wir weiter zur Einrichtung. Und jetzt der Kevin. Jetzt auch da unten. Kevin Holzer. Schon zwei Tore hat er schon erzielt. Kevin Holzer, ist das die endgültige Entscheidung? Oh, den hat er gezwickt. Nein. Wieder der Holzer, Kevin. Wieder Kevin Holzer. Und wieder mit dem Schoner. Aufgepasst. Oh, das ist schon gut. Big Safe. Der Konter läuft schon wieder. Und schon wieder. Sandro Gasser. Wird zwar gestoppt, aber weiter. Die Viergenau. Oh, das war die Stange. Die Latte, glaube ich sogar. Jetzt kommt 6-2. Was ist denn? Oh, die wieder die Stange. Wieder die Stange. Die ist noch nicht vorbei. Die ist noch nicht vorbei. Aufgepasst. Die nächste Chance. Und der Holzer, Kevin. Und macht's der Kevin. Kevin allein zuhause. Oh, da ist er. Und das war die Vorentscheidung. Das war endgültig die Entscheidung. Drittes Tor. Und die Kappen pflegen schon wieder ein. Kevin Holzer. Da fliegen die Kappen herein. Das ist Tradition bei euch. Ja. Aufgepasst. Und dann, oh, Matthias, wunderbar. Wir werden dann bei ein paar Spielern heimlich Kameras irgendwo montieren, damit wir dann wissen, wie es in der Nacht weitergeht. Nein, besser nicht. Und das nächste Foulstrafe. Und wieder eine tolle Abwehr. Und da. Und der nächste Treffer. 7 zu 2. 7 zu 2. Wunderbar. Wunderbar, Mann. Aber nein, der Alex Dreyer sagt nein. Ich glaube, das war wieder nur Stangen. Ja, schwarze Sogen von da aus. Was ich gesehen habe, der Schiere hat einmal auf Tour gezogen. Die letzten 10 Sekunden in der Meisterschaft der Division 2 West. Noch ein Schuss. Von Marco Gasser. Und die Bürger da. Die Wölfe sind Messer. Und die entlust ich jetzt zu der Einergüge. Ja, wir werden uns in der Mannschaft durchschauen. Danke, Bernhard. Danke. Wir erzählen uns eh noch einmal. Danke auch für die Übertragung. Gerne. Morgens ist gut. Danke. Herzliche Gratulation. Unglaubliche Leistung von deiner Mannschaft. Deine ersten Gefühle. Momentan. Ja, fast nichts los. Ein Wahnsinn. Ein Wahnsinn. Ich habe gekämpft heute, dass wir immer das gewohnt haben. Von der ersten Minute bis auf die letzte. Das letzte Spiel im Spital, das war kein Spiel von jetzt in Fürgen. Das ist ein Spiel von jetzt in Fürgen bis heute war. Den ganzen Winter waren wir an der Wellenspitze. Traumhaft. Einfach halber voraus und aussieht. Super Semifinale gespielt. Ein super Ding heute. Und das ist einfach ja momentan sprachlos. Der Käpt'n von euch hat ja mitkommentiert im letzten Rittl. Und der hat gesagt, es wird ein bisschen länger dauern, die Feier. Wie lange glaubst du denn noch? Ja, ich glaube, das kann Sonntag auch noch werden. Ja, ist ein Traum mit so einem Fans. Kann ich eigentlich gleich mal gewinnen. Und nach dem 4-0, natürlich haben wir schon einmal gemisst. Schlucken. Wie wir nach Hause gekommen sind. Aber jetzt sind wir stärker hintergekommen. Habt ihr heute auch ein bisschen für euren Kapitän gespielt? Der hat das letzte Drittel mit mir mitkommentiert. Ja, Vollgas war unser Kapitän. Der ist in allen Spielen dabei gewesen. Und leider die Verletzung hat es. Aber sie geschah, er ist trotz allem noch da. Er ist ja erst heim von Gronkhnausheim. Ich habe mir noch Däppertal gefragt. Natürlich, nur Däppertal. Dafür bin ich ja da. Matthias Berger, du hast schon im Spital super gespielt. Du hast 4-0 verloren. Heute wieder super gespielt. Heute klar gewonnen. Was sagst du zu der Steigerung von der Mannschaft? Ja, das, was wir unter der Woche gesagt haben, was wir umsetzen sollen, hat heute hingehaut. Gewaltig. Wir haben es da getroffen. Chancen verwertet. Bis zuletzt gekämpft. Und zum Schluss noch einmal verdient. Noch einmal ein paar Däumagen gedauert. Hätten es sogar noch mehr sein können. An welchen Schrauben habt ihr ihn gedreht? Auf einmal ist Powerplay auch gegangen. Weil ganz ehrlich, im Spital war das nicht zum Anschauen. Ja, keine Ahnung. Ich kann es auch nicht sagen. Ich weiß es nicht. An welchen wir gedreht haben, an welchen Schrauben. Aber jedenfalls an der Richtigen. Ja, es hat mir ganz viele wehgetun heute, nach außen zu stehen. Aber die Gesundheit geht vor. Das nutzt einfach nichts. Das ist schon so. Aber die Männer haben heute gewaltig gekämpft. Schon die ganze Saison. Wir haben zusammengehalten. Und das ist wichtiger. Gratuliere nochmal. Und danke nochmal an die gewaltigen Fans. Danke. Letzte Frage. Titelverteidigung nächstes Jahr? Ja, auf alle Fälle. Starten wir nochmal durch. Dann sind wir wieder dabei. Danke Bernhard. Alles Gute. Wie gesagt, heute haben wir wieder ein Freitagsspiel. Das ist uns immer gelungen eigentlich. Wir sind zwar nicht vollzählig, wir haben mehr gebissen. Und heute ist es uns aufgegangen. Ganz ehrlich, ein Powerplay im Spital war ja nichts zum Anschauen. Warum hat das heute auf einmal wieder geklappt? Ja, wir haben gestern im Pregraten getrainiert und speziell auf Powerplay. Du hast heute drei Tore geschossen, wird jetzt auch drei Tage gefeiert. Ja, fix. Ja, es ist im Sport manchmal so. Es gehört dazu. Du musst verlieren, du musst verlieren können. Es ist, es ist, ja, es ist keine Ahnung, was ich sagen soll. Gratulation am Wien. Die waren heute super kompakt, defensiv. Dormann, unglaubliche Leistung. Wir haben alles probiert, aber es ist nicht gegangen. Mehr ist nicht gegangen. Was sagst du zur Stimmung da in Lienz? Jetzt ist das nicht unglaublich. Ja, ich habe das erste Mal da in Lienz gespielt. Und ich habe schon gehört von Erzählungen, dass die Fans von Wirken und die Fans von Bataillonen ein Wahnsinn sind. Und wenn die aufeinandertreffen, ich bin da aus der Kabine, außer zum Aufwärmen, ich habe gedacht, ich bin im falschen Film. Ich habe ganz laut gehabt, ich habe ganz laut gehabt und das macht einen Tag für mich und den Sport generell so speziell. Ja, wir haben einen Schwung als Pedal nicht mitgenommen. Waren wir gleich mal 2-0 hinten, dann sind wir wieder dazugekommen. Im zweiten Drittel haben wir leider die Chancen nicht genutzt. Ich bin auch Elti vergeben. Und ja, müssen wir wirken, müssen wir ganz klar gratulieren. Die haben ein paar super Saisonspielen. Sie waren die ersten im Grunddurchgang. Sie haben gegen uns zweimal gewohnt im Finale und gratuliere. Ja, so wie du schon richtig sagst, ich glaube, Wirken war von Anfang an aggressiver, giftiger, hat den Weg zum Tor mehr gesucht, ist defensiv besser gestanden. Wir haben zwar viele Torschüsse gehabt, aber viel zu wenig Verkehr vor dem Tor zusammengebracht, haben den Goalisch selten die Sicht nehmen können. Und wenn man sich genommen hat, hat das unglaublich gehalten. Ich will bedanken, auch für die Gegner, für die tolle Finale. Für mich war dieses Spiel sehr fair. Das ist Hockey. Und die zweite Sache, ich will bedanken für die ganze unsere Mannschaft, für die ganze Saison. Tolle Leistung, super Einsatz und auch, ich will bedanken für unseren Verein und auch für unsere Fans. Für mich, diese Fans sind Beste in dieser League. Ich fahre so gerne auf an der Hostie Rollen. Das ist ja so eine Stimmung. Und die Fans, sowas von fair, die haben beide Mannschaften wirklich unterstützt. Und jetzt auch bei der Siegerehrung. Da gibt es kein Theater beim Aufstüllen oder beim Klatschen für den Zweiplazierten. Also echt super, super, wie sie das machen. War aber überhaupt eine sensationelle Finalserie. Ja, das sowieso. Weil eigentlich das Spiel, was wir bei mir im Spital gesehen haben, haben wir wirklich abgeschrieben schon. Und da bei einem ersten Drittel haben sie gleich gesagt, wir sind da heute. Wir wollen zeigen, dass wir da einen Meistertitel feiern wollen. Und das haben sie eigentlich das ganze Spiel durchgezogen. Und quer durch die Divisionen, das heute war die Division 2, muss man auch sagen, das Niveau wird immer besser. Ja, sowieso. Ich meine, das war heute spielerisch sehr gut. Und vor allem, ich meine, die Qualität und die Schüsse aufs Tor, also wirklich wunderschön anzuschauen. Und Gott sei Dank gibt es Eishockey jetzt wieder. Wir haben die ganze Saison uns so gefreut, dass wir Eishockey durchspielen haben können. Und das verdient der Meister auch, ESC WIRGEN. Die feiern jetzt eine Woche, haben sie gesagt. Mindestens. Ich muss ja schauen, dass die jetzt wegkommen. Also, jetzt bin ich erst übermorgen wieder daheim. Danke, Michi. Danke, Michi. Auf geht's. Wir machen auch Schluss. Wir sagen Danke fürs Zuschauen von einer sensationell geilen Partie. Danke sagen der Jens Krawagner, der euch die tollen Bilder geliefert hat. Es war einfach spitze. danke. Lalalalalalalalala. DER HÄSIOR! Oder was willst du mehr? Lalalalala! Danke! Es geht!